Stuni TV mit einem Spitzeneinfuhl aus der Begegnung der 2. Bundesliga Tischtennis TV. Hilbertstein gegen Obererlenbach. Dr. Nico Christ, die Nummer 2 der Hilbertsteiner im gelben Trikot, spielt gegen den Japaner Sambel, die Nummer 1 der Obererlenbacher. Der Abteil, die Nummer 4 der Jugend-Weltrangliste U18 und soweit ich weiß Top 100 in der U18-Weltrangliste, einer der ganz großen Talenten der Japaner und wir haben ja nicht wenige zur Zeit. Schiedsrichter der Begegnung, wenn er eintritt und ihn gegen ihn, Ralf Schüssler. Applaus Perfekt. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Brauch! Oh, schon! Bravo! 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 Das ist gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.